ja willkommen zurück bei Minecraft Hardcore Games wie geht es auch so war 3 2 1 Prozent und auch nicht viel Juhu um Hä? Warum habe ich so viele Hungerbalken? Okay, ja, egal. Ich habe hier Weizenkörner und ich wollte ja in der letzten Folge... Äh, was wollte ich machen? Na, egal. Ich habe hier... Ich mache mir mal eine Spitzhacke, damit ich hier direkt ein kleines Minifeld anbauen kann. Wir haben ja... Hast du Erde? Hast du Erde? Hast du Erde? Ja, ein bisschen. Okay. Ähm, wir haben auch direkt um die Ecke ein bisschen Eisen. Äh, nicht Eisen, sondern Wasser. Damit ich hier auch so, äh, einen kleinen See hinmachen kann oder einen kleinen Fluss. Sei vorsichtig da unten, weil da könnten Monsters spawnen und, äh... Ja. Ja, ich setze mal ein paar Fackeln. Mach das. Ich sehe deine Schrift wenigstens. Ja, ich denke nicht. Und ich bin ein bisschen weiter oben. Äh, nein. Oh, das ist ein Skelett. So richtig fies um die Ecke stand das Ding. So habe ich es. Hast du schon Wasser, äh, hast du schon Wasser dabei? Na, nein, hier ist Dreck und Ecke Wasser, deswegen. Ja, nehm das mit, okay? Ja, mache ich. Ich habe hier schon so eine kleine Nische gebaut. Ähm. Jetzt kommt hier noch, äh, Erde hin. Ich habe hier sogar noch ein bisschen Eisen gefunden. Umso besser. Ach, ich auch. Sorry, dass auch so wenige Folgen kamen, weil, ähm, wir konnten nicht mehr aufnehmen im Voraus. Ja. Du hast gar keinen Hungerbalken, oder? Nee. So, jetzt muss ich mir noch eine, eine Hau machen. Warte. So. Klack, 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 klack. So. Der Ofen. Der kommt hier auch direkt hin, irgendwo, oder? Ich mache den mal direkt hier rüber. Äh, hier, Eisen. Okay. Hm. Ich mache da noch ein Eisen rein. Und hier schon mal frei. Da unten ist ein Creeper. Ich werde hier so ein bisschen, äh, so einen schönen Rand machen, damit ich da nicht runterfalle. Wann bist du da? Ähm, ich komme jetzt, ich muss mir erstmal ein bisschen Eisen hier zurecht brutzeln. Okay. So. Äh. So. So. Okay, ich habe jetzt Wasser. So, äh, das ist wieder hochgegangen. Das ist blöd. Hm, was muss ich hier? Diese, hä. Was soll das? Hey. Was ist? Weißt du, warum, ähm, ach so, das muss, äh, hä? Warum, warum geht das wieder weg? Diese, ähm, beim Weizen. Diese, diese Dinger, die gehen wieder aus der Erde raus. Woran liegt das? Muss ich hier irgendwie Beleuchtung reinmachen? Da muss, da muss Wasser gesetzt werden, damit die Erde nicht rauskommt. Ja, habe ich, habe ich. Dann habe ich keine Ahnung. Muss hier beleuchtet werden, oder was? Ich mache da eine Fackel hin. Interessant. So. So, jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt geht. Ja, okay, jetzt fällt da nichts mehr raus. Gut, perfekt. Ähm, Knochen. Sieben Stück habe ich. So, so. So. Na, so. 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 Gut. So. So. So, wie viel ist das? Wie viel Brot kann ich davon machen? Gut, das ist schon, zwei Brote habe ich für dich. Ähm, ich warte jetzt noch, bis das hier hoch geht. Ähm, ich lade, streck mal nach unten. Äh, zwei Brote bringen sechs Hungerbalken. Und ich habe gerade genau sechs. Aber viel bringen wird das nicht. Hier. Hallöchen. Hier. Hallo. Du hast ja noch ein bisschen, äh, eine Hose für mich und so, ne? Hast du, glaube ich, gemacht im letzten Part. Ähm, gut. Oh, du hast sie wie eingesammelt. Ausführung. Ups, das wollte ich nicht. Äh, es gibt es jetzt viele Warte. So. Was war das, ähm... Grave. Das so. Das nämlich ein komisches Tech-Tabekt deswegen. Äh... Hier, Kies, da. Bitteschön. Danke. Danke an eine bestimmte Person, die mich auf die Idee gebracht hat mit dem Knochenmehl. Kämen wir nicht auf diese Idee, dann, äh, werden wir jetzt schon verhungert. Es gibt ein Problem, ich kann jetzt mal wieder sprinten, aber... Ich sprinte jetzt auf keinen Fall, weil... Bleibt einfach ganz mal wie immer, weil du kannst ja noch nicht raken. Ja, das ist das Problem. Äh, hoch, ich bin grad komisch rumgerutscht und es hat mein Stuhl komische Geräusche gemacht. Äh, da unten ist noch ein Skelett, was ich baue mich zu dem runter. Ich musste jetzt irgendwie runter. Wie mach ich das jetzt? Möchte ich ins Wasser springen? Ich finde, das ist ein bisschen risky. Ich baue mich runter, okay? Ist mir jetzt zu blöd, da runter zu springen. Ja, ist sicher auch. Mach ich mal. Dann hab ich auch direkt wieder einen, äh, Weg nach oben, deswegen. Gut, ich bin jetzt schon fast unten. Gut, perfekt, ich bin unten. Fackeln brauche ich jetzt mal, so. Kommen sie her. Äh, gut, ich hab zwei Knochen durch den bekommen. Wo ist der, wo ist der Creeper hin? Egal. Hoffe ich mal, dass der jetzt nicht von hinten kommt. Ich denke mal, davon würde ich nicht sterben, oder? Ich hab ja Full Iron. Aber ich hab halt... Ja, wie Gnade an dir ist, konntest du schon dadurch sterben. Ja, ich hab ja nur fünf Herzen, deswegen. Hier ist immer noch mein Gold. Ich nehm noch ein bisschen die Kohle mit. So, gut, äh, ich geh jetzt wieder hoch. So. Ich brauche auch unbedingt Essen, aber es ist mir jetzt immer wichtiger, dass du überlebst. Deswegen. Ich hab jetzt für dich nochmal ein Brot. Äh, wie viele Hungerbalken hast du? Fünf. Du hast acht Hungerbalken, aber davon, äh, racks du glaub ich noch nicht. Nee, mein Rack von neun. Also ab neun. Du bist du hinten, nach da hinten. Ach, okay. Da. Dankeschön. Bitteschön. Auf keinen Fall laufen, deswegen. Mhm. Du hast einfach grad eine Skype-Nachricht bekommen. Ja, ja. Ich hab grad nachricht, weil, äh, äh, gesagt. Ich bin. Ist halt schon spät. Das ist meine Ausrede. Höhöh. Okay. Haben wir in die Aufnahme-Config geschrieben? Scheiße, hab ich vergessen. Egal. Schreiben wir halt bei der nächsten Aufnahme. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh, okay. Hoffe ich. Also, ich wette schon, dass die am rummeckern sind danach. Das, äh, ich hab nicht reingeschrieben. Dass sie aufnimmt. Okay. Oh, nee, warte mal. Hat er denn Knochen? Ich hab noch mehr Diamanten gefunden. Yay. Wie viele? Komm. Eins. Nochmal einige. Drei. Drei. Vier. Fünf. Boah, nice. Grab noch ein bisschen drumrum. Am besten. Ja. Mach ich. Ich könnte ja auch natürlich hier unten einen Baum anpflanzen. Aber na gut, das wäre dumm. Äh, ich denke mal, ich werde irgendwie gleich mal runter gehen. Oder wieder nach oben gehen. Oder, ähm, ich denke in der nächsten Folge werden wir nach oben gehen, wenn du halt wieder raggen kannst. Ja. Und ich auch ein bisschen Essen dazu gewonnen habe. Ach, ma, ich brauche ein Bedingchen Skelett. Ist hier irgendwo eins? Nö. Die spawnen doch nirgendwo eins. Ist ja völlig blöd. Wenn hier ein Zombie rumrennen würde. Denn, äh, wenn, wenn man Glück hat, dann droppen hier nämlich eine Kartoffel oder eine Möhre. Ja, aber ist eher unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich ist das. Hm. Oh, kacke. Ich habe jetzt ein bisschen Eisen wieder da durchbekommen. Aber das Problem ist halt, äh, er bringt uns nichts, wenn man stirbt wegen Essen. Ah, kacke. Soviel ich weiß, hat auch schon, äh, Hatsche hat auch bestimmt schon ein bisschen schärfer sein Schwert drauf. Ja, ähm. Voll blöd. Sollte ich jetzt eigentlich, äh, eine Diamantspiezzacke machen, damit wir uns einfach zauberhaftig machen müssen? Ja. Okay, gut. Wir brauchen aber sowieso noch ein bisschen, äh, wir brauchen sowieso noch ein bisschen, ähm, mit Zuckerrohr, damit wir dann ein Buch hinmachen können. Ja. Das braucht man nämlich dafür. Ich guck mal, freuen, Teiler. Äh, noch nicht mehr, nicht mehr lange. Ich hab Larpes gefunden, das ist eigentlich ganz gut, weil ich bin jetzt ans Punkt A verbraucht. Genau, genau. Super. Ich bin jetzt die ganze Zeit hier am Campen und warte, bis die Kacke hier hochgeht, ne? Ja, ja, mach das. Die Folge dafür ist, äh, die Folge ist dafür ein bisschen langweilig, aber, na gut. Ist egal. So. Ich leuchte da ein bisschen aus. Ich glaub, das nächste Brot fress ich, weil ich hab nur noch eineinhalb. Nur noch das. Ich hab zwar noch fünf Pilze, aber nur die braunen und hätte ich noch ein paar rote, dann hätte ich eine Pilzsuppe machen können, aber nö, nö. So viel Glück haben wir ja nicht. Am besten gehen wir, ähm, in der nächsten Folge in, in ein Sumpfbiom. Ja. Ähm, hast du ne Kiste gemacht? Nein, noch nicht. Aber, äh, ich denk mal, wir brauchst keine Kiste machen, weil wir sollten hier besser weg. Kannst mir nur schnell Sticks geben, weil ich hab kein Holz mehr, und ich muss eigentlich ein Gold abgeben, abgeben, dann auch bauen. Ähm. Jetzt, hier ist auch Gold, deswegen. Nö, mal wenn ich hier dran vorbeigehe, hör ich ein Zombie. Der Endeffekt ist noch ein bisschen leise, bitte. Könnte ich jetzt auch mal, warte, ich mach das kurz lauter. So, perfekt. Hoch, ähm, du wolltest, äh, Sticks, ne? Ja. Okay. Hier. Ah, ich hab nur noch einen Hungerbalken, kacke. Ich hab nur noch ein altes Herz. Das ist auch genauso kacke. Oder noch schlimmer. Ein Hit von irgendeinem Monster oder so. Ja. Oder, äh, von einem kleinen, von zwei Meter herunterspringen oder so, und dann ist es direkt gut. Hm. Huch, ein Zombie. Komm bitte, der droppt, der droppt jetzt eine Möhre, pass auf. Nee, nur verrottetes Fleisch. Ja, das, das fress ich jetzt. Der, der Timer ist abgelaufen, wir müssen runter. Oh, ja, hm, ja. Okay. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Ich mach's mit Hardcore Games. Bis dann. Bis dann.